Der Deutsche Kinderschutzbund Saarbrücken ist Preisträger im bundeswelten Wettbewerb Ideen für die Bildungsrepublik. Ausgezeichnet wurde das Förderprojekt für Vor- und Grundschulkinder, das sich an Grundschulen, Kinderheime, Stadtteilbüros und Bibliotheken richtet. Wie man heute weiß, ist es sehr wichtig, Kinder schon sehr frühzeitig vorzulesen, viel mit Kindern zu sprechen, denn je eher Kinder mit Geschichten, mit Sprache, mit Büchern halt vertraut werden, desto besser entwickelt sich ihre Lernfähigkeit. Das Projekt arbeitet mit ehrenamtlichen Lesepaten, die den Kindern Geschichten vorlesen. Anschließend wird das Nacherzählen geübt, unter anderem um den Ausdruck zu verbessern und die Kreativität zu fördern.